Erstmal hallo, alle miteinander. Als ich vor kurzem da war zu dem Leipzig-Spiel und dann wieder heimgeflogen bin, dachte ich nicht, dass ich gleich wieder da bin. Aber die Dinge im Fußball, die passieren oftmals über Nacht. Wobei jetzt meine Beziehung zu Hertha sicherlich nicht über Nacht da ist. Ich hatte eine lange Vorgeschichte durch meinen Vater, der begeisterter Hertha-Fan war. Mein erstes Bundesligaspiel war Stuttgart gegen Hertha. Da stand ich als achtjähriger Bub in der Kurve mit einer blau-weißen Fahne. Mein Sohn durfte hier zwei Lehrjahre machen, bis zuletzt als junger Torwart. Dadurch habe ich natürlich auch eine nähere Beziehung aufbauen dürfen zu Michael, seinem ganz am besten Stab hier und kenne eigentlich die meisten hier auf dem Gelände schon. Also es ist nichts Unbekanntes. Als dann vor ein paar Wochen es passiert ist, dass Lars Windhorst mich kontaktiert hat und mich angesprochen hat auf, würde ich mal sagen, eine ganz neue Konstellation, die es auch in der Form noch nie gegeben hat, in der Bundesliga zu sagen, er macht ein Investment und er möchte jemanden an der Seite haben, der von der Materie ein bisschen etwas versteht, kam es zu dieser Partnerschaft mit der Tenor-Gruppe und damit automatisch schon mit Hertha. Auch wiederum in einer ganz neuen Form, das man dann erst wieder definieren musste. Und so war man eigentlich schon jetzt die ganzen Wochen immer am Kommunizieren. Und es ist ja was vollkommen Neues, was der Lars da geschaffen hat. Und dann kam auf einmal die Situation jetzt mit dem Augsburg-Spiel. Dann wiederum Telefonate hin und her, die Entscheidung wieder rüber zu pflegen, aber mit dem Gedanken, okay, wo kann ich helfen, wo kann ich mitdiskutieren, was braucht der Michael an der Seite, was braucht Hertha an der Seite. Also immer in der Form, was kann man tun, was kann man machen. Und dann kam halt gestern das lange Gespräch mit der Bitte, könntest du eventuell einspringen, um natürlich auch erstmal die sportliche Situation mitzuprägen und dann auch Michael und dem Team hier die Möglichkeit zu geben, in aller Ruhe mal das Ganze zu sondieren und die langfristige Situation dann in Angriff zu nehmen. Ja, und das ging dann zwei, drei Stunden lang. Dann kam noch ein Anruf schnell nach Hause, ob das in Ordnung ist, wenn ich nicht gleich heimkomme. Und jetzt sitze ich hier vor euch und ja, es ist dennoch ein schönes Gefühl, es ist auch eine Ehre, mithelfen zu dürfen. Ich glaube, dass seit Jahren schon in Berlin die große Hoffnung und auch Bitte und auch die vielen Leute, die ich immer wieder auf der Straße auch hier kennenlernen durfte, natürlich auch in Verbindung mit meinem Sohn, der dann da war, die immer gesagt haben, ja, Berlin wartet auf etwas Großes. Berlin hat das Potenzial. Berlin, da sagen viele immer, ist ein schlafender Riese. Aber irgendwie kommt es noch nicht in die richtige Bewegung. Ich glaube, Lars Windhorst hat da einen riesen Schubser jetzt gegeben, dass jetzt die momentane sportliche Situation ein bisschen problematisch ist. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Ihr könnt alle die Tabelle lesen. Aber letztendlich geht es darum, mitzuhelfen und dass ich mithelfen darf. Ja, also das ist natürlich jetzt in einer anderen Form als gedacht eigentlich im Aufsichtsrat. Muss ich da wahrscheinlich wieder raus oder wie funktioniert das? Das wird ruhen. Okay. Ich bin selbst auch, wie es Michael richtig angesprochen hat, auch ein Fan von Ante. Ich habe ihn auch gleich kontaktiert. Ich schätze den Ante. Ante hat viel mit meinem Sohn Jonathan die letzten zwei Jahre gearbeitet. Er durfte da viele Spiele machen bei der U23. Hat jetzt im ersten Anlauf für ihn als Cheftrainer der Bundesliga nicht geklappt. Aber da werden weitere Anläufe bei ihm kommen. Er gibt jetzt eine kleine Pause und dann wir sind in Kontakt ohnehin. Für mich die allerwichtigste Maßnahme jetzt, da reinzukommen und den sportlichen Bereich anzuführen, ist, ein Funktionsteam zu gestalten, das hoffentlich auch in der Lage ist. Und das wird auch in der Lage sein, Dinge in die Hand zu nehmen, um Punkte zu holen. Punkte so schnell wie möglich und hoffentlich so langsam nach oben klettern. Das ist keine einfache Aufgabe, ist mir sehr wohl bewusst. Aber es ist eine notwendige Lage, die einfach dazu auch, ich sage jetzt mal, den Druck dann auch aufbaut, wie es Michael richtig gesagt hat, der Mannschaft ein paar Botschaften zu geben, dass es jetzt an ihnen liegt. Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb, wenn ich etwas tue, ob das jetzt im Aufsichtsrat gewesen wäre, mit Rat und Tag zur Seite zu stehen oder ob das jetzt eine Funktion ist als Trainer, dann mache ich das hundertprozentig. Und wenn ich dann das angehe, dann bin ich auch, selbst wenn alles über Nacht passiert, dann bin ich vorbereitet. Und deswegen habe ich einen Stab hier mitgebracht, der auf Abruf war. Vor ein paar Monaten hatte ich einen anderen Stab, der für Südamerika vorbereitet war, der war mehr Spanisch sprechend. Jetzt muss ich halt auf Deutsch umschwenken. Aber es ist ein Team an Leuten, das mit mir jetzt hier reinkommt, das vorbereitet ist, das voller Tatendrang ist, gute Energie hat, aber vor allem auch hohes Fachwissen hat. Und an meiner Seite wird sein Assistenztrainer Alex Nuri, den ihr kennt aus der Bundesliga, mit seinem Assistenten, den er mitbringt, dem Markus Feldhoff. Als Torwarttrainer wird uns aushelfen, bis auf weiteres, an die Köpke. Darum habe ich Jogi und Oliver Bierhoff und den DFB gebeten, dass er in die Bresche kurz springen darf. Im medizinischen und Fitnessbereich habe ich den Werner Leuthardt, das ist ein Houding mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bundesliga. Und ich habe Michael gebeten, eine Position einzubauen, das es auch in der Form noch nicht gegeben hat, aber das ich schon viele Male mit ihm über die letzten paar Jahre diskutiert habe, wenn er auf Kalifornien Urlaub war. Mittlerweile hat er sogar eine kleine Wohnung in Los Angeles. Der Arne Friedrich, als Performance Manager. Also Performance Manager ist eine Funktion, wo er ganz eng an der Mannschaft arbeiten wird mit mir und viele Bereiche abdecken wird als Bindeglied zum Michael und der Geschäftsleitung, die mir sehr, sehr wichtig sind. Da geht es um Themen wie natürlich die Physis, die Psychologie innerhalb der Mannschaft, die Chemie, so eine Art Karriereplaner für die Spieler zu sein, ein offenes Ohr zu haben für die Spieler. Also eine sehr wichtige Funktion, meines Erachtens, die wird sich dann entwickeln, aber die habe ich eigentlich relativ klar in meinem Kopf. Und das ist dann ein Team, das jetzt reinkommt und natürlich das Team ohnehin ergänzt, das da ist, hier vor Ort ist. Und deswegen, wir sind vorbereitet, wird nicht einfach, ist ja gleich ein kleiner Brocken da am Samstag im Olympiastadion. Den werden wir angehen mit der richtigen Vorbereitung und dann geht es halt dran, Punkte zu holen und nichts anderes. Vielen Dank. Vielen Dank.